Kommst du hier und her und tötest erst mal zigtausend Wesen? Ich glaube, der nimmt uns doch vorbei. Jetzt wird uns eklig. Der ist ja gut. Ich habe gerade eine unsaubere. Steuern. Geh mal den weg. Geben wir mal Geld aus. Wird gerade auch wieder Nacht und ich kann mein Schiff hier nicht rufen. Oh, ich kriege endzuviel. Mein Raumschiff ist nur 6 Minuten entfernt. Komm, ist egal. Die laufen da jetzt hin. Zwischen nicht sogar noch einer. Was auch immer. Dann muss ich ja wieder schwimmen, ne? Geplatzt. Oh, ich will nicht schwimmen. Ach, Mann. Das ist immer so der Nachteil. Das zieht das auch so unwahrscheinlich in die Länge. Zink. Auch doof. Alle Zinkblumen. Alle Platinblumen. Alle... Äh... Wie heißen die anderen denn? Ich komme gerade nicht drauf. Karmiumblumen. Alles sieht gleich aus. Schildblumen. Au! Das längst tot sein. Na super. Das auch noch. Jetzt hätte der Wächter ne Chance, aber er tut es nicht. Er weiß, dass ich cool bin. Jetzt kriegt er einen Tritt im Arsch. Ich glaube, wenn ich am Schiff bin, riskiere ich das mal. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Ich werde meinen Wächter anschießen und mal gucken, was passiert. Im schlimmsten Fall kann ich immer noch abhauen. Glaube ich. Oder die schießen mir das Schiff zu Brei. Ist natürlich ein gewisses Risiko. Na dann. Wollen wir mal in eine Richtung schwimmen. Mal wieder. Schön. Schön, wenn man trinken kann und keiner kriegt sie mit. Wind euch das jetzt jedes Mal auf die Nase. Es wird euch so nerven. Wahrscheinlich tut es das schon längst. Super tiefer Ozean und hier unten ist nichts außer diese komischen Kraken ähnlichen Wesen. Na gut, wenn die gefährlich werden würden, dann hätte man ein Problem. Gehen wir mal nach oben. Hier werden Schatten geworfen, wo gar keine Schatten sind. Na toll. Dann können wir auch unten bleiben. Oben sind neun oder so. Glaube ich. Zehn, elf. Gut, dann können wir unten bleiben. Das nimmt sich ja dann gar nix. Ach, ist das toll. Ist das toll. Ich liebe das, ne, dass das mit OBS jetzt so wahnsinnig gut funktioniert. Ich glaube, ich werde das aufgrund dessen, dass das sonst ewig geht, dieses Let's Play, wahrscheinlich sogar noch mal einkürzen. Das wird meine Vermutung sein. Es wird darauf hinauslaufen, dass ich wahrscheinlich jeden Planeten einmal anfliege. Oder so wie ich gesagt hatte, wenn ich die Planeten absuche, wenn ich das letzte Vieh gefunden habe oder keinen Nerv mehr habe, mache ich kurz die Kamera an, zeige euch wie der Planet heißt. Und dann, ähm, kann ich wieder das System verlassen. Zum Zeitfaktor kommt es aufs selbe hinaus. Nur das Material, was ich durchrennen muss, wird sich auf ein Viertel davon beschränken. Allerdings klaut es mir natürlich auch ein bisschen die Zeit, ne, muss ich sagen. Jetzt gerade, oh. Ich habe gerade ein wenig mitbekommen, wer mich hier angegriffen hat, wollte ich sagen. Das klaut mir natürlich ein bisschen die Zeit, weil ich brauche auch hier eine gewisse Zeit. Wo ist er? Oh, das war knapp. Um auch einen Vorlauf zu produzieren, wenn nachher natürlich von zehn produzierten Folgen nur noch Bier da sind, um Zeit zu sparen. Könnte das kriminell werden? Ach man, ey. Gute Idee, schlechte Umsetzung. Ach, ich weiß auch nicht. Nur mein Sky hat so viele Vor- und Nachteile, dass ich selbst nicht weiß, ob ich das Ding irgendwann bis zum Ende durchrette. Im Kern des Systems finden und so weiter und so fort. Sollte rein theoretisch auch machbar sein. Man kann ja seine Mob-Antriebe vergrößern und und und. Ja, keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal den letzten verbleibenden Mond... Irgendeiner fehlt ja noch. Mond oder Planet absuchen. Und dann werde ich mich auf das System stürzen und noch ein bisschen was suchen. Wenn wir haben ja gut gefunden. Normalerweise würde sowas auch reichen. Wenn dann zwei Kreaturen fehlen, wäre dann eh es halt so. Mal gucken hier. Irgendwas ist noch auf der Seite. Hier ist einfach auf der Rückseite, ne? Das Ding? Wartet mal. Ich geh mal kurz im Übersprung. Offline? Oh, mehr zu tief. Ich will mal ein bisschen rausspringen, um zu sehen. Da bleiben der Treibstoff. Das ist irgendwie noch viel. Wie schalte ich denn um? Nix? Ah! Hätte ich natürlich auch machen können, ne? Das ist ja eigentlich die Kriegswasser. Aber der andere war ein bisschen praktischer. Der hat ein automatisches Lenkssystem gehabt. So, jetzt gucken wir doch mal. Wir haben hier noch... Hast du bereits entdeckt? Unentdeckt. Da ist der Mond. Unentdeckt. Genau deswegen habe ich das gemacht. Mond von... ... Unentdeckt... Allermeister... Putz ein... iskor! K laid... Oh! Um PI die F boiltern. Mal gucken. Dann hat der Mond vielleicht Leben. Dann werden wir uns was einfallen lassen. Dann gehört Mond und Planet zusammen. Wenn hier Leben drauf ist unter der Voraussetzung, werde ich mich schon wieder einfallen lassen. Es sieht fast danach aus, dass es hier Leben gibt. Interessante Farben. Alter, was ist denn hier los? Jetzt. Guck mal da. Da lege ich da nicht mehr allzu viel Wert drauf, aber hey. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. Wächter-aggressiv ergebe ich moderat. Oh Gott. Wir sind gerade auf eine Rinderherde getroffen. mit Anhang. So, damit haben wir jetzt drei Spezies von... Oh, hinter mir ist auch nur eine. Hier von... Hier eine mehr Größe, ne? Wo kommen wir das nur so vor? Okay. Warum bringt er mich da nicht auf den Planeten, wo ich bin? Okay. Faszinierend. Es wird normal, nenne ich es mal so. Gut. Ah, Pem. Immer hoch. Oh, ist nämlich eine Ruine drauf. Alter, ich komme hier nicht... Alter, ich komme hier nicht... Ich habe keine Ahnung. Ach, da ist so ein Meerflieger. So, Nummer fünf. Oh, von wegen sieben. Das sind neun. Ja, was mache ich? Hier gibt es auf jeden Fall viele Flieger, große und kleine, wie man sieht. Ich finde aber cool, dass hier große Flieger mal bei sind. Immer diese Winzlinge zu suchen. Wobei die ja schon vergrößert sind. Aber die sind ja jetzt dann schon... ...richtig gut. So, wie es eigentlich sein soll. Gut. Lass ich erst mal so weit stehen, liebe Leute. Wir sind jetzt hier auf dem kleinen Mond. Ich fange meinen Mond an, hier alles zu suchen. Und in der Zwischenzeit mache ich ja alles Ränder fertig. Ich weiß nicht, nach dem Stream... Oh, Gott. Gibt es hier auch wieder Gravitino-Bälle? Wartet mal, das finden wir noch raus. Schade. Ich dachte, hier gibt es immer was Neues oder so. Das ist auch noch. So, Titan geht mal rüber. Okay. Ja, wie gesagt, ich werde hier auf jeden Fall anfangen. Ich werde die Aufnahme hier gleich beenden und werde hier alle Kreaturen suchen. Hätte man geahnt, dass die Viecher jetzt anfangen, aufrecht zu gehen oder größer werden, ne? Weil das ist schon stattlich, muss ich sagen. Dann hätte ich tatsächlich noch ein bisschen umentschieden. Und hätte einfach die ersten Viecher einfach laufen lassen. Und hätte dann erst ab dem Planeten hier angefangen. Tada. Spawn direkt vor der Nase. Wahrscheinlich wird das auch wieder so ein Planet sein. Oh nein. Wo ich nicht alle finden werde. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Habe ich bereits. Okay. Das ist wie mit dieser komischen Ex in Minecraft. Ich habe eine Ex in Minecraft gefunden, die wurde zu Minecraft selbst gehört. Die ich in meinem ganzen Minecraft-Leben noch nie gesehen habe. Noch nie. Ich wusste nicht mal, dass die existieren. Der Lizard. Keine Ahnung. Vielleicht sind die, ist die auch durch eine Mod reingekommen. I don't know. Das ist kein Hiervedium. Äh, kein Gravitino Ball. Hoffe ich. Doch. Och mann. Na, wer ist stärker? Loser. Wäre jetzt bekannt. Okay, das macht schon Sinn, die Dinger zu untersuchen, weil da war nämlich gerade ein plus vier dran. Ist das denn schon wieder unterrisch oder was? Gut. Gut. Garten ist jetzt nicht unbedingt das, was ich suche. Wirklich nochmal speichern. Kann man hier nicht, ne? Das ist schon wieder faszinierend. Das ist genau wie auf dem anderen Planeten. Dinger sitzen unterirdisch irgendwo. Oh, Titane. Die beiden Goldeinheiten und die Taneinheiten, die machen wir jetzt weg. Dann packen wir nämlich die zwei da rein. Und... Schade, dass die nicht zu stacken gehen, ne? Hätte ich gesagt, die Tane packen wir auch aufs Schiff. Wir wissen, wie man da reinkommt. Muss es irgendwo ein Höhensystem geben? Die Frage ist wieder, wo? Das Problem hatte ich auf dem anderen Planeten auch schon mal. Es war einfach nicht möglich, das zu finden. Wahrscheinlich sind die Viecher aggressiv da drin, ne? Was mich aber nicht sonderlich stören soll. Aber wie kommt man da rein? Wird so vielversprechend aus, aber nö. Manchmal ist es auch einfach ein Loch im Boden, was man eigentlich... Wow, der Schatten. Was war es denn überhaupt? Irgendwie ein riesiger Schatten gerade. Ich will jetzt in den Untergrund, verdammt. Keine Ahnung. Gehen wir da drauf zu? Wollt wir ein Loch in den Abgrund oder in den Abgrund finden, dann... Doch, das ist wieder die Platinstation. Okay. Ja. Also, ne? Vier Spezies dort und man kommt nicht ran. Also, vier Lebensformen. Nicht Spezies, aber vier Lebensformen. Ja, gut. Nichtsdestotrotz, jetzt wird gespeichert, dann die Aufnahme beendet. Ich denke, ich habe genug Material, um nicht auslaufen zu lassen. Nächstes Mal, vielleicht sogar in derselben Folge. Ich kann es euch nicht genau sagen. Da die Dateien nicht mehr so groß sind, kann ich auch mal einige zurücklegen, um nahtlos anzuschneiden. Ja, werde ich die Planeten schon mal nennen. Und dann mal gucken, wer hier seine Heimat hat. Und dann geht es weiter zum Atlas... zur Atlas-Schnittstelle. Das ist ja die letzte, die noch fehlt. Und ja, bis zur nächsten Folge oder bis nachher. Ich weiß noch nicht genau, wie das nachher fällt mit dem Schnitt. Insofern, bis gleich oder später. Ich kann tschönen. Tschönen.